Wir hatten die Waffen und manche Gruppen von Leuten, die sagen immer, sie sind die Erfinder der friedlichen Revolution, abgesehen davon, dass es gar keine Revolution war, sondern eben einfach mehr eine nach hinten gerichtete Kontrarevolution, weil der Kapitalismus wiedergekommen ist, brauchen wir nicht agitieren. Aber sie haben die friedliche Revolution und die friedliche Entwicklung gesichert. Das ist ja eine Lüge. Die hatten ja gar nichts, womit sie unfriedlich werden können, außer Steinen, Mauersteinen und Stangen.